Der Winter ist wieder eingezogen in München. Alles ist schön eingezuckert, voller Schnee und ja, da gehe ich einfach mal fotografieren, ein paar Motive und nehme dich einfach mal mit und versuche hier ein bisschen schön das winterliche, eingeschneit in München festzuhalten. Viel Spaß dabei! So, ich bin unterwegs im Olympiapark. Hinter mir schön der Fernsehturm zu sehen, alle schön eingeschneit. Jetzt geht es hier den Berg rauf und dann will ich mal so ein bisschen Panorama wahrscheinlich machen vom Olympiapark, die alles schön eingeschneit ist. Boah, die Bäume sehen halt klasse aus und auch hier die kleinen Sträucher. Richtig, richtig cool. Schaut mal, sehr, sehr nice. Alles schön eingeschneit. Ja, und da melde ich mich wieder oben am Berg. So, ich war jetzt oben am Berg, da habe ich jetzt nicht gefilmt. A, weil ich es ein bisschen vergessen habe und B, war es auch nicht so super spannend. Der da hinten, sieht schon ganz cool aus. Ich hoffe, ich habe ein paar coole Bilder von der Sonne gemacht, ja, die so hinter den Wolken war. Also, man erkennt richtig schön den Sonnenball. Und jetzt gehe ich wieder runter. Das Licht war jetzt nicht ganz so gut, auch wenn es jetzt wieder cool aussieht, aber halt nicht an den Stellen, wo es eigentlich sein sollte. Also, wo auch irgendwie die coolen Motive sind. Aber ich habe ein paar Bilder gemacht, sogar einige, auf dem Berg und hier rundherum ein bisschen fotografiert. Und, tja, ich hoffe, es ist sowas geworden, aber ich denke ja. Und wenn ich will, Photoshop. Und jetzt geht es wieder nach Hause. Bilder bearbeiten. Videos schneiden. Awesome. Cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt einen Kommentar rein, wenn es euch gefallen hat oder vielleicht war es auch nicht so gut, keine Ahnung, es war es nur ein bisschen, ja, just for fun und es sieht schon geil aus, also hier so die ganzen Dinge, jetzt bin ich von dem abgekommen, aber das ist halt immer so faszinierend hier, ja, alles zugeschneit, ja, Kanal nicht vergessen zu abonnieren, falls es noch nicht gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, bis dahin, tschüss, tschüss, also und ich vergesse, rock die Kamera. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.